Hallo zusammen, ich bin Fatima Haidari und bin KV Lernende im zweiten Lehrjahr bei der Uster Technologies. Die Uster Technologies ist der weltweite Marktführer in Mess- und Qualitätssicherungssysteme. Heute werden wir euch unsere Brüfe vorstellen. Im ersten Lehrjahr lernen wir den Empfang genauer kennen und ab dem zweiten Lehrjahr lösen wir die Empfangsdamen für ca. 15 bis 20 Minuten ab. Einmal in der Woche schaue ich, ob es genug Broschüren und Werbegeschenke hat. Wenn ich sehe, dass es nicht genug hat, fülle ich ein Formular aus und bringe das der Logistik runter. Hallo, mein Name ist Heros Cilia. Ich mache die Lehre als Logistikgehörer. Ich bin im zweiten Lehrjahr und arbeite bei der Uster Technologies AG. Ich habe den Beruf gewählt, weil er sehr vielseitig ist und ich viel am PC zu tun und auch körperlich. Hallo zusammen, ich bin Schwab Deschgaudit Assen. Ich bin Konstrukteur bei der Uster Technologies und bin im vierten Lehrjahr. Ich habe diese Lehre gewählt, weil es sehr abwechslungsreich ist. Ich arbeite zwar viel am Computer, aber ich habe auch sehr viel mit den Kunden und Lieferanten zu tun. Dankeschön. Wir hoffen, euch hat einen kleinen Einblick in die verschiedenen Prüfe gefallen. Falls wir euch neugierig gemacht haben, dann bewirb dich noch heute bei den Uster Technologies. Ich mache das. Ich mache das. Ich mache das. Das kann ich mit der Töchner, wenn ich mit der Töchner und mit der Töchner beschwingte. Ich mache das.